Jetzt wollen wir noch mal ganz kurz auf die Front blicken, auf die Lage an der Front. Der ukrainische Außenminister hat gesagt, wir brauchen dringend Nachschub für eben Flugabwehr. Wie schätzen Sie die Lage ein? Welche Chancen hat die Ukraine noch? Vor allem jetzt in diesem Winter. Ja, ich schätze die Lage im Augenblick schon prekär ein und Sie sagen es völlig richtig. Flugabwehr ist das eine Thema. Das Problem, was die Ukraine hat, ist, dass sie keine funktionierende, umfassende Luftwaffe hat. So, das ist aber genau die Waffe, die die Russen im Wesentlichen einsetzen. Raketen, Cruise Missiles, Drohnen, weitreichende Artillerie. Und das mit dem Ziel, die ukrainische Flugabwehr zu sättigen. Also derartig viel Munition zum Einsatz zu bringen, dass ich sage mal maximal 60, 70 Prozent abgefangen werden können. Aber die restlichen 30 bis 40 Prozent, die kommen eben in ihr Ziel. Und das macht es so schrecklich. Und hier müssen mehr Flugabwehrwaffen her. Und zwar moderne Patriot und Iris T ist das, was dort dringend gebraucht wird und die entsprechende Munition dazu. Und hier hapert es im Augenblick. Wir liefern, Deutschland liefert ja oder hat gerade geliefert, ein zusätzliches Patriot-System. Sehr hilfreich. Jetzt gilt es darum, auch noch die entsprechende Munition in ausreichender Anzahl und schnell in die Ukraine zu bringen. Roland Kater, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzungen. Gerne. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensenderwelt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken. Und da jetzt wird es bei einer der ersten Schlaf-Systeme vertreten. Und wir können auch das, was des Schlaf-Systeme vertreten, können wir auf einmal. Jetzt gibt es über den Schlaf-Systeme vertreten. Untertitelung des ZDF, 2020